Hey YouTube Zuschauer auf dem YouTube-Channel-Kanal live, hier ist euer Wurzel-Tommy vom Hühnerberg-Funkhaus-Sendet-Zentral-Tomemingen live. Aber ich bin heute nicht dort, ich bin nämlich heute zentral in der Stadt. Heute ein Skateboard-Künstler, Hochgrad 3. Hochgrad? Ja, er hat mir gerade was gezeigt, das ist phänomenal. Erklären Sie mir das, wie kommt man auf so eine verrückte Idee? Also, eingefangen hat es, weil es ein Kumpel mir gezeigt hat am Park. Ich bin mal mitgekommen, dann hat er mir da so ein paar Tricks gezeigt und dann... Und haben Sie da mehrere Tricks drauf? Ja, das kommt so mit der Zeit, man fängt so langsam an und so stufenweise. Übrigens habe ich vergessen, Ihnen vorzuständisch der Nils Körner. Haben Sie noch für die YouTube-Zuschauer noch was zu sagen, bevor Sie loslegen? Freundlich in den Kommentaren sein. Ja genau, Sie haben es immer freundlich sein, gell? Also, dann legen Sie mal los, Körner. Ja, mit dem Skateboard. Sind Sie bereit? Wenn es der Pörsfall wieder klappt... Ja, prima! Und was haben Sie noch für Künstliche drauf? Uh, nein, die kann ich nicht so. Wow, ist das geil! Und das, äh, können Sie das paar Mal wiederholen? Boah! Ich gehe mal einfach irgendwas durch, so? Ja, das muss ja... He? Nochmal! Prima! Das ist ja geil! Danke für die Kunststücke! Kein Thema! Wollen Sie noch ein paar Grüße jetzt so verrichten oder so? Oder wollen Sie jemanden grüßen? Jeden, der das Video schaut. Und ich wünsche auch jeden schönen Tag und eine schöne Zeit. Dankeschön! Das war wieder mal Wurzeltomi live von Svizy auf dem YouTube-Channel-Kanal live. Ciao, ciao! Ciao! Und wir sehen uns dämlich bei der nächsten Reportage, wenn es heißt, die Salzgrotte in Memmingen. Ich befinde mich dann da in einer Höhle tief unter der Erde und werde da in Memmingen unter der Salzgrotte ein Interview führen. Zu diesem Video allerdings müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Bis zum nächsten Video. Servus! Bis zum nächsten Video.